hi leute ein gutes neues jahr erst mal von meiner seite und von uns allen hier es ist mal wieder so weit es ist crazy friday diesmal haben wir uns was ganz tolles überlegt unter dem motto mit volldampf ins neue jahr ich hoffe ihr seid auch gut drauf wie ich diesmal haben wir von der firma märklin diesmal ist es die epoche 3 das digitale status set von märklin ein tolles teil für 229 euro hier im store und auch online ich freue mich auf euren besuch bis bald